Herzlich Willkommen in Göttlesbrunn. Mein Name ist Gerhard Markowitsch. Wir befinden uns hier im Alten Hinnenhof. Hinter uns ist unser Weingut. Und das möchte ich jetzt gerne zeigen. Kommt mit! Wer unsere Weine trinkt, der soll eigentlich die Freude spüren, die wir vermitteln wollen. Also die Weine sollen einfach beleben, sollen inspirieren. Wir sind natürlich eine Region, die sehr stark auf die Sorte Zweigl setzt. Er gibt uns das Gerüst, die Saftigkeit, die tiefdunkle Aromatik. Ich möchte auch Weine mit Spannung. Das heißt, nicht Weine, die fad sind. Lebendigkeit am Gaumen, Struktur und in sich wirklich dieses harmonische Gefühl, noch ein Gläschen zu trinken. Ich finde, im positiven Sinne sollte jeder Wein oder jeder Wein, der für sich beansprucht, sehr hochqualitativ zu sein, Ecken und Kanten haben. Gerade Wein ist, glaube ich, doch eines der wenigen Getränke, das wirklich Seele hat. Untertitelung des ZDF, 2020 bajo Daddy conteúdo